servus liebe world of warcraft freunde willkommen zurück zu einem neuen video auf meinem kanal heute mit einem thema was so grabe hinter den kulissen ziemlich am zündeln ist muss man ganz ehrlich so sagen es geht um die fragestellung wird dragonflight season 2 vor allem im mythisch plus eine katastrophe ich hatte ja schon mal ein video gemacht dass das feedback der spieler bislang ziemlich vernichtend ist vor allem was die neuen affixe anbelangt wir hatten auch heute noch mal ein video gemacht wo es darum ging dass blizzard die affix struktur verändert also es gibt ja nur noch drei affixe zukünftig maximal statt vier und die kommen dann auf stufe 2 7 und 14 statt auf 2 4 7 und 10 das entschlackt das ganze ein bisschen aber nichts desto trotz das feedback zu den drei neuen affixen war schon als die rausgekommen sind vernichtend dann gab es jetzt mehrere testphasen in denen diese affixe angespielt werden konnten und es hat sich ehrlich gesagt nicht wirklich dran was geändert blizzard wird sogar auch vorgeworfen dass sie überhaupt nicht auf das feedback der spieler hören sondern einfach ihr ding durchziehen was zu teilweise ja wilden diskussionen gesorgt hat und ich würde sagen wir schauen uns das ganze jetzt einfach mal an damals habe ich euch verschiedenste quellen aus kommentaren von wowhead reddit dem forum und so weiter gezeigt diesmal gehen wir rein auf das forum ein da hier das feedback am sachlichsten ist und ich damit auch zeigen möchte dass diese affixe oder dass die leute nicht einfach nur schreiben wie sonst scheiße machen was anderes sondern dass wirklich fast alle sachlich begründet eine meinung abgeben warum diese affixe einfach keinen spaß machen und das blizzard einfach nicht reagiert dazu sei auch noch gesagt ich glaube in dem fall nicht dass es eine in anführungszeichen wie es gerne in den kommentaren geschrieben wird heulerei der spieler ist sondern dass wir hier wirklich die leute drum bemüht sind durch das testing eine spaßigere m plus umgebung für die leute zu schaffen aber blizzard einfach nicht drauf hört und wie bereits erwähnt das wieso weshalb warum gucken wir uns jetzt mal an wir sehen hier das forum zu patch 10.1 zum 10.1 test und wir haben hier stop with the affixes das thema ist nicht ganz frisch aber kriegt auch bis vor kurzem noch immer regelmäßig antworten hier feedback mythic plus testing da gibt es für jede woche fast einen eigenen beitrag der teilweise sehr sehr viele antworten bekommt hier in dem fall sind es 59 wir haben aber auch hier weiter unten ein da sind es um die 185 antworten hier und ich habe jetzt nicht alle 300 noch was antworten gelesen die sich über diese ganzen threads hier haben wir halt auch nochmal new mythic plus affix feedback ich habe in alle themen reingeschaut mir die kommentare durchgelesen am anfang am ende und so weiter und so fort und überall geht es zur selben richtung hier those sound terrible also die hören sich fürchterlich an auch hier da geht es um die überarbeiten affixe oder warum bestimmte entfernt wurden machen keinen spaß und so weiter und so fort und das ganze zieht sich durch diesen beitrag hier durch also von anfang an bis ende hier ist someone who is not engaged with mythic plus very much affix system is a big turn off also der markt das affix system allgemein nicht so gerne das ist jetzt nicht so schlimm hier schreibt einer die affixe sind überhaupt nicht balanced und so weiter und so fort also jetzt auf die neuen bezogen also es zieht sich durch jetzt könnte man natürlich meinen gut die beiträge sind alle ein bisschen älter da hat sich ja vielleicht im laufe des testings was getan um euch mal einen kleinen einblick zu geben mit was ihr so rechnen müsst ich habe jetzt mal das meiner meinung nach schlimmste beispiel rausgesucht die videos sind auch in der video beschreibung mit drin wir haben hier einen run vom ptr underrod mit afflicted fortified entangling also sprich das entangling und afflicted die beiden sind neu das problem an der geschichte ist jetzt ihr seht es in dem fight wir gehen mal kurz zurück an der stelle ist nämlich genau dieses entangling das sieht man hier in der debuff leiste da wird es dann mit sicherheit auch jede menge wie gauras zu geben und so weiter ihr habt in dem fight ein großes problem und das ist der platz der boss spuckt in regelmäßigen abständen vor sich das macht diese pfützen auf höheren keys sollte man das ganze nicht wirklich mitnehmen sonst tot gleichzeitig stackt auf einem auch immer so ein debuff hoch der macht auf mehreren stacks richtig viel schaden und hier ist das problem dass ein spieler immer mit diesem cleansing light belegt wird das ist eine große weiße fläche wenn man sich da rein stellt werden die debuffs entfernt gerade auf hohen keys ist es elementar wichtig dass ihr diese debuffs darin entfernt ein heiler kann nicht so viel dispellen wie hier die debuffs kommen weil leben nicht das problem jetzt mit diesem affix ist einfach nicht dass er klar er macht den fight schwieriger aber das ist hier ein beispiel wo dieser affix einfach ein absoluter pain in die ass ist ihr seht hier der dude hat sechs sekunden auf dem debuff er müsste sich jetzt zehn yards von dieser wurzel entfernen damit er den debuff entfernt bekommt bis dahin hat er aber auch gleichzeitig ein slow drauf er ist der heiler und der fight plus 18 der ist mitunter jetzt geht's noch weil die stacks nicht so hoch sind aber der kann relativ heilintensiv sein als shami er hat noch gunst des geistwandlers er könnte jetzt rennen und da im laufende heilen also er hätte theoretisch gerade ein tool gehabt um dem aus dem weg zu gehen aber das will ich jetzt nicht zu sehr überbewerten man ist ja auch noch am affix lernen das problem an der geschichte ist ihr dürft euch theoretisch nicht so viel zu nicht viel bewegen da man den boss auch immer in einem gewissen kreis zieht damit nicht überall die flächen liegen gleichzeitig darf man nicht so weit von der gruppe weg da man in das cleansing light mit rein muss gleichzeitig muss man den breath so gut es geht dodgen gleichzeitig müsste man aber auch das enthängling brechen ansonsten wird man gestunt und hier sehen wir jetzt den fall da hat es einer gebrochen man sieht es nicht so gut leider das sind diese ranken da in dem fall wird jetzt aber der heiler weil er es nicht ich weiß nicht ob er lieber heilen wollte oder was weiß ich denke schlicht einfach vergessen wird er halt für drei sekunden gestunt und das ist jetzt so eine kombination in dem fall ging es sich noch halbwegs auf daher hat ein bisschen den breath mitgenommen aber das war jetzt noch nicht so schlimm oder das spucken oder was auch immer aber weil ich finde das ist wirklich ein fight der es dir eigentlich nicht erlaubt großartig hin und her zu und dies das jenes zu machen aufgrund der grundsätzlichen boss mechaniken und wenn da dann halt noch so was dazu kommt wie mit dem enthängling ich stelle mir das klar es ist spielbar für die einen klassen mehr für andere klassen weniger auf der anderen seite ist es halt auch super super nervig und generell ist das hier so eine instanz wo ich jetzt sagen würde weiß nicht wie viel spaß hier dieser affix in general so machen wird wir skippten dafür mal ein bisschen zurück wir haben nämlich hier auch diesen spore collar sancha hier ist es nämlich auch so dass du mit einem miesen timing echt gebummst werden kannst sag mal so wie es ist ihr seht hier in diesem fall diese pilze auf dem boden da bekommen wir mal zwei spieler das sogenannte abhevel das haben wir eben gerade gesehen damit müsst ihr unter diese pilze gehen und diese erd swirlies machen dann die pilze weg ziel ist es ihr wollt im idealfall es gibt noch so ein tank frontal und so weiter alle pilze entfernen da ansonsten ein massiver stack an debuffs auf alle leute in der gruppe geht das problem an der geschichte ist jetzt halt auch wieder wenn du jetzt zum beispiel hier in dem fall sehen wir dass die spieler gerade von dem entangling betroffen sind hier kannst dich halt auch relativ blöd erwischen mit einem sehr schlechten timing von dem gedöns dass du entweder nicht rechtzeitig zu den pilzen kommst das hat jetzt hier noch geklappt und in dem fall ist der spieler hier unten auch die kurve außen rum gelaufen so dass er das entangling gebrochen hat aber gleichzeitig wenn du dich da entscheidest falsch zu laufen oder hier haben wir es jetzt gesehen da wollte ich die kamera drehen lol geht ja nicht dieser chenlock ja zack der schafft es nicht rechtzeitig zu den pilzen legt das ding jetzt in der mitte ab hat aber auch gleichzeitig sein entangling nicht gebrochen ist immer noch geslowt muss ein dev cd ziehen und im aller aller schlimmsten fall wirst du mit sowas weiß nicht dann gestunnt wenn gerade die fläche kommt und du bist auf höheren keystones definitiv ein one hit was an und für sich als mechanik als solches kein problem wäre aber diese mechanik sorgt halt dafür dass zum beispiel die pilze nicht richtig gespielt werden dies das und das kann halt passiv hinten raus auch wieder für einen wipe sorgen mehr oder weniger wenn du aufgrund des slows die mechanik nicht richtig spielen kannst und da ist es halt so dass manche klassen und ich denke das ist eher das haupt problem sehr sehr benachteiligt sind wie sie diesen debuff spielen können weil sie einfach kaum movement speed möglichkeiten haben was dann dafür vielleicht sorgt dass sie auf höheren keys nicht mitgenommen werden und das ist für mich eher das größere problem ich denke mit der zeit groovt man sich schon irgendwie ein die sachen zum richtigen zeitpunkt zu laufen abzulegen und sonst was aber wenn du sagst warum soll ich denn den priester mitnehmen der kommt doch eh kaum aus den sachen raus jetzt nur mal beispielhaft oder den todesritter oder was weiß ich ich finde affixe so zu entwerfen dass schon mal generell vier klassen im nachteil sind oder so auch das nur eine beispielhafte zahl ist schon mal ziemlich doof dann kommen wir zum nächsten affix und das ist in corporal und der ist auch relativ den finde ich zum beispiel richtig ätzend leider ist dieses video jetzt in einer sehr 340 pixel so in etwa aber ihr seht hier in einem normalen pull und das ist das problem an der geschichte alle ads mit der die sind etwas laut die dudes mit der roten tagesleiste hier das sind diese in corporal ads wir haben jetzt hier 3 4 und ich glaube am anfang war noch ein fünfter mit dabei in einem normalen pull der jetzt nicht mal extrem big aus sah das problem dieser ads die sind für 20 sekunden da und müssen in dieser zeit mindestens zweimal gekickt werden da ihr ansonsten einen 50 prozent damage und heilungs buff für mehrere sekunden bekommt gleichzeitig hat auch jemand in den wo w foren geschrieben dass sie gruppen pulls hatten wo teilweise sieben von diesen geistern gespawnt sind theoretisch funktionieren auch ccs und stunts und sonstiges aber die spawnen halt auch nicht alle auf dem flex so dass ihr die mal eben locker flockig mit einem mass aoe oder sonstwas wegstunnen könnt und im idealfall habt ihr teilweise dungeons mit richtig ätzenden packs wo ihr so schon eure ccs und sonstwas braucht und dann spawnen nochmal locker flockig 5-6 ads die euch richtig punishen wenn ihr sie nicht stunnen könnt und das hat dann teilweise auch nicht mal mehr was meiner meinung nach mit richtig spielen oder so zu tun bei 5 spielern in der gruppe ist es sehr limitiert was du machen kannst manche klassen bringen auch so gut wie gar kein stun mit wo wir wieder bei der sache sind manche klassen werden dann ausgeschlossen und ich finde dieser affix super unfun und man sieht schon auch wenn nicht das ganze bild hier zu sehen ist dass dadurch ein relativ ordentliches chaos ausbricht also ich weiß nicht was ich von diesen affixen halte und dementsprechend nochmal um kurz in die texte rein zu gucken stop with the affixes hier schreibt auch einer sollen einfach alles entfernen macht eh keinen spaß von den neuen affixen hier das genau das in die richtung wollte ich auch sagen dann ist es frustrierend zu wissen dass manche affixe die dungeons so beeinflussen dass sie echt unspielbar werden können dann ich überlege season 2 auszusetzen und so weiter und so fort das problem an dieser ganzen geschichte ist halt nicht dass es mal ein feedback gibt von wegen ja komm die affixe sind nicht gut sondern in diesen threads sind fast wirklich alle kommentare dem motto die affixe sind nicht gut machen keinen spaß sind viel zu bestrafen und so weiter und so fort einer hat es finde ich ganz gut getroffen der gesagt hat affixe sollten dazu sorgen dass man sagt er hat lust drauf sich eine herausforderung zu stellen und nicht zu gucken ok welche woche ist am wenigsten scheiße wo kann ich mal ein paar keys spielen und ich denke das trifft es ziemlich gut das ganze ist stellvertretend für alle threads die man hier findet und mittlerweile sind wir da doch auf einem niveau angekommen wo man sagen muss ich weiß nicht ob blizzard sich da einen gefallen tut dieses feedback so konsequent zu ignorieren auf der einen seite kann ich schon verstehen dass sie jetzt bei negativen feedback nicht sofort sagen okay wir werfen jetzt alles über den haufen letzten endes sind sie die entwickler und würden sie das spiel nur so machen wie es die community will wird sie wahrscheinlich nie fertig werden weil immer jemand was zu meckern hat aber wenn wir an dem punkt sind wo die leute zu hunderten zu tausenden wenn man alles zusammenrechnet fast nur negatives feedback zu den neuen inhalten abliefern dann sollte man sich überlegen ob man da nicht doch einen fehler gemacht hat und das in die falsche richtung geht das ist jetzt meine persönliche meinung dazu ich selber will jetzt gar nicht zu krass beurteilen sind die affixe scheiße oder nicht ich konnte nicht wirklich ptr spielen aber das was ich gelesen habe es ist halt nicht mal so dass die üblichen krawallmänner im internet hast die da schreiben es ist müll in zwei wörtern am besten noch sondern da kommt einiges zusammen was auch wohl argumentiert ist und ich mache mir echt sorgen so ein bisschen dass das nach hinten losgehen kann und das würde ich mir nicht wünschen nachdem eigentlich der start von dragonfly ziemlich solide war damit seid ihr jetzt gefragt ihr könnt ja mal in die kommentare schreiben habt ihr a schon 10.1 gespielt die m plus affixe wenn ja wie findet ihr sie und b was wir eurer meinung nach eventuell eine lösung wie man das ganze aufdröseln könnte oder verbessern könnte danke an dieser stelle an euch fürs zusehen wenn euch das video gefallen hat lasst sehr gerne ein like und abo da und ich würde sagen wir sehen uns demnächst wieder bis dahin habt eine gute zeit küsschen aufs nüschen reingehauen komm mit mal mit mal